Bauer sucht Frau International-Kandidatin Julia, suchte in Landwirt Fritz die große Liebe, vergebens. Jetzt meldete sie sich mit einer kryptischen Andeutung zurück. Bauer sucht Frau International. Julia teilt kryptische Worte. Obwohl es in der vergangenen Staffel Bauer sucht Frau International zunächst danach aussah, als könnte aus Landwirt Fritz, 45, und seiner Hofdame Julia, 38, tatsächlich ein Paar werden, meldete sich die Kandidatin kürzlich bei ihren Followern zu Wort und erklärte, dass die TV-Show leider kein Happy End für sie bereithielt. Zu den genauen Gründen der Trennung schwiegen bisher sowohl Fritz als auch Julia. Jetzt machte die Mutter einer kleinen Tochter im Netz eine neue kryptische Andeutung. In ihrer Story teilte sie einen Beitrag, in dem es hieß, diejenigen, die es anders machen, die sich verstellen und in eine Rolle schlüpfen, um etwas darzustellen, was sie nicht sind, wofür sie aber sofort Applaus bekommen, haben es leichter. Das Leben ist aber keine Inszenierung. Es geht um so viel mehr. Bleib dran, bleib echt, authentisch, auch mal schwach. Das ist so viel wertvoller. Auch wenn die Verlockung groß ist, den leichten Weg zu gehen, bleib dir treu und werde nicht so wie die anderen. Nach Trennung. Julia deutet aktuelle Vorkommnisse an. Zusätzlich kommentierte Julia den Beitrag mit den Worten, dazu sage ich demnächst noch mal was. Ob diese Andeutung etwas mit ihrer Teilnahme an Bauer sucht Frau international zu tun haben könnte? Unklar. Bereits nach dem offiziellen Liebesaus mit Fritz verfasste Julia kryptische Worte und erklärte, ich muss euch leider mitteilen, dass Fritz und ich keine gemeinsame Zukunft haben und auch kein Paar sind. Aufgrund aktueller Vorkommnisse habe ich den Kontakt zu ihm und seiner Familie eingestellt. Aufgrund aktueller Vorkommnisse habe ich den Kontakt zu ihm und seiner Familie eingestellt.